Was ist diese Spaghetti-Anaconda? Heute probieren wir den nächsten TikTok-Trend, und zwar Pasta al Assassina. Navid, was brauchen wir dazu? Wir brauchen Tomatenmark, Pfeffer, Salz, Knoblauch, Chili, Nudeln, passierte Tomaten und Olivenöl. Wir beginnen mit der Brühe. Da machen wir einfach in kochendes Wasser Tomatenmark und Salz rein. Ich mach das einfach nach Gefühl. Und währenddessen kann man schon mal den Chili schneiden. Ganz wichtig, nicht die Finger abschlecken nach dem Chili schneiden. Dann geht's ab mit Chili und Knoblauch in die Pfanne. Jetzt kommen die passierten Tomaten dazu. Jetzt haben wir die Brühe, die wir vorher gemacht haben, zu den Nudeln dazu. Jetzt haben wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer und Olivenöl zum Abschmecken dazu, und dann ist die Pasta fertig. Ich finde, es schmeckt gut. Die Röstaromen machen es auf jeden Fall aus, deswegen für mich einen Daumen hoch. Jetzt lassen wir die Redaktion verkosten. Ich find's nicht so toll. Crispy, nein. Crispy ist das falsche Wort, aber definitiv in der Mitte ein bisschen dicker. Wo ist denn der Robert? Robert! Robert! Das ist diese Spaghetti-Anaconda. Kann man machen. Und so schaut's aus, wenn die heute Redaktion kocht. Liken, abonnieren, LinkedIn Bio. dann können wir die Spaghetti-Anaconda. Wir haben die Spaghetti-Anaconda.